Es gibt eine minimale Änderung an der Spitze der deutschen Album-Cards. Laut GfK Entertainment sichert sich zum dritten Mal in Folge eine Meta-Band den Card-Tron. Die kalifornischen Trasmetaller von Slayer verdrängen mit Repenless, Ero und Maiden. Die Renteburg auf Sulz rutscht auf Platz 4 ab. Auf Rang 2 Rapfler, weil die Straße nicht vergisst. Hip-Hop-Töne werden außerdem von Sidovi, auf Rang 5 und Timo Hendrix 2 Zimmer, Küche, Bon, auf der 7 angeschlagen. Auch im Hinblick auf die Single-Cards darf sich Rappersido freuen, als Astronaut erobert er Platz 1 zurück. Dicht dahinter folgen Robin Schulz-Pferd, Franzisch-Kortes sogar, und Lieblingsmensch Namilke auf den Rängen 2 und 3.